Willkommen auf der MSC Meraviglia. Der Name des beeindruckenden Schiffs passt bestens zu traumhaften Kreuzfahrten. Er bedeutet Wunder. Die neuartige Innenpromenade erstreckt sich über drei Etagen. An ihrer Decke prangt ein riesiger digitaler Himmel. Verlockende Restaurants, Bistros, Cafés, Bars und Lounges liegen entlang des Weges. Lassen sie sich von den delikaten Köstlichkeiten zum Genießen und Verweilen verführen. Zum großen Pooldeck gehört eine riesige Leinwand für Kinohits. Die Bandbreite innovativer Kabinenkategorien wird sie begeistern. Besonders luxuriös sind die Maisonet-Suiten. Auch alle anderen Kabinen und Suiten strahlen moderne Eleganz aus. Kleine Piraten und Nixen von drei bis elf Jahren freuen sich besonders auf den Lego-Spielbereich. Aktivurlauber finden auf der MSC Meraviglia zahlreiche Möglichkeiten, mit großer Freude Sport zu treiben. Der spektakuläre Spaß- und Wasserpark auf dem obersten Deck verspricht fröhliche Stunden für die ganze Familie. Hohe Panoramafenster lenken den Blick stets auf das Meer. Bis zum Horizont und weiter. Entdecken Sie die Schönheit der Welt mit der MSC Meraviglia. Hüttelbehen Jungfale 10 Süß Jutze 21 Süß 22 22 23 24